Ja, also ich denke, wenn ich begeistert bin vom Herrn, dann wird es auch leichter sein, über den Herrn zu sprechen mit anderen Menschen. Es gibt ja diesen berühmten Vers, in 1. Petrus 3, Vers 15, da steht, dass wir jederzeit bereit sein sollen, Verantwortung zu geben über die Hoffnung in uns. Das wird ja schon bedeuten, dass die Leute merken, ich habe eine Hoffnung, mir geht es gut, ich bin zufrieden, ich bin erfüllt, weil ich eine Hoffnung habe, die weit über dieses Leben hinaus geht. Und die Leute, hier in diesem Vers ist es so, dass die Leute fordern von uns Rechenschaft. Also das heißt, es ist gar nicht so, dass ich denen irgendwas aufzwingen muss, was ich denen erzählen muss, sondern ich werde womöglich gefragt. Und das wahrscheinlich, weil ich irgendwie habe erkennen lassen, vielleicht noch nicht mal durch Worte, vielleicht einfach nur dadurch, dass ich jemanden anlächle und freundlich bin, dass derjenige von mir fordert, eben ein Zeugnis abzulegen über meine Hoffnung.